Unsere Welt ist faszinierend. Ein Ort voller Wunder, voller Möglichkeiten und voller Bedürfnisse. Das Größte davon? Energie. Aber unser Planet ist erschöpft und wir belasten ihn immer weiter. Deshalb müssen wir neue Lösungen finden, um unseren Energiebedarf zu decken und den Planeten im Gleichgewicht zu halten. Wir bei Helmholtz Energy haben das Team, die Infrastruktur und die Erfahrung, um das Energiesystem als Ganzes neu zu denken. Mit sechs Forschungszentren und vier Forschungsprogrammen stellen wir uns den Herausforderungen eines zukunftssicheren Energiesystems. Der Erzeugung von Strom und Wärme, sauber und CO2-neutral. Dem zuverlässigen Transport von Energie in einem hochmodernen Netz. Der flexiblen Speicherung von Energie für eine reibungslose Versorgung. Der verantwortungsvollen und effizienten Nutzung von Energie. Und der sicheren Lagerung der Abfälle, die bei der Energieerzeugung anfallen. Doch wir versuchen nicht nur die Probleme der Gegenwart zu lösen. Sondern arbeiten schon heute an den Herausforderungen der Zukunft. Von der Suche nach neuen, effizienteren und nachhaltigeren Materialien für die Energiegewinnung und Speicherung bis zur Realisierung der Kernfusion, einer nahezu unbegrenzten Energiequelle. Wir von Helmholtz Energy widmen uns einem Energiesystem der Zukunft, das wirtschaftlich und sozial nachhaltig sowie klimaneutral ist. Denn unsere Welt ist ein faszinierender Ort. Und wir wollen, dass das so bleibt.